. ... in der Gara und Bier in der Gara. Wir sind nicht gespielt, aber alles korrekt. Ball gespielt, gute Aberration von Stefan Panteur. Lange ist nicht gespielt, als vielleicht noch mal die letzte Reserven, bevor wir uns in die Pause gehen, bei beiden Mannschaften anzapfen. Sehr gut, jetzt muss es schnell gehen, jetzt muss es schnell gehen. Das ist aufs Afe. Und weinst. Laufe. Ganz 6. Helme W� !!! Crush Romano. Hur! Ja, ja, ja! Musik 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 Der Ball geht nicht. 16er für jetzt. Bruno Hempditsch. Für die Fallprache von Stefan. Könnte. Drücken. Gute Chance. Gut, gut. Dann kommst du zum Beispiel. Jetzt mal schneller. Schönes Ballspiel. Alle. Hier auf der Breite zwischen der Eiferschaft aus dem FC Winterthur. Beide Mannschaften bemühen sich. Aber es gibt noch eine Chance. Wir sind jetzt noch vorne hier. Jeter! 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 Jetzt aber tritt euch die Situation an. Reiner Bielin, bei der Ender normal haben sie mitnehmen können. Das ist ein ganzes Färdbord, der auch das Buxen ist. Und das ist ein ganzes Färdbord.